Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englischlehrer Ted Stanetsky. Heute Charlie Puth. Light Switch. Klasse übersetzt von der 4. Klasse der Grundschule Altenweddingen. Matilda, Samira, Lucy, Anni, Marius, Amelie, Frieda, Joel, Jeremy und Charlotte machen uns das Licht an. Warum rufst du mich um 11.30 Uhr an, wenn du mir nur Mist erzählst? Ich schlage zurück, weil du das gemacht hast. Da will jemand nach vorn schauen, aber der Rückspiegel ist im Weg. Warum tust du verliebt, willst mich aber gar nicht. Ich sag mir, schau nicht zurück, doch dann bin ich wie hypnotisiert. Und im Rückspiegel steht ganz eindeutig, ey, du bist immer noch voll verknallt. Du bist die eine, die ich nicht verleugnen kann, immer wenn ich sage, dass ich weglaufe. Keine Chance zu entkommen. Hände hoch, aufgeben. Du machst mich an wie ein Lichtscheiter. So wie du dich bewegst. Ich will das nicht bekämpfen. Du weißt, wie du mich kriegst. Dieses Gefühl tut nicht gut. Es zerreißt einen. Du machst mich an wie ein Lichtscheiter. So wie du dich bewegst. Du hast mich fest im Griff. Du weißt, wie du das machst, dass ich dich will. An und aus und an und aus und an und aus. Findest du das toll, wenn du mich hoffen lässt und ich dann immer genervt bin? Ich kann nicht so verrückt bleiben, wenn du gehst. Wollt ihr, dass wir das Licht bei euch in der Klasse anmachen? Dann meldet euch an auf radio-saw.de. Und schon bald sind wir da und machen den Englischunterricht mal ganz, ganz anders. No kidding. Klasse übersetzt. Übersetzt? Was heißt das auf Deutsch? Nur hier auf radio-saw.